ein herzliches willkommen heute mal ein etwas anderes video denn ich habe gewonnen ich habe gewonnen das ist unglaublich und was ich gewonnen habe ist das hoffe man sieht das ist eine safety cam 10 hd von rolai und wo ich die gewonnen habe das verlinke ich euch natürlich in der infobox das ist der kanal von tefuse er macht ganz viele unboxings er testet ganz viele elektrogeräte oder elektrogeräte überhaupt multimedia geräte allem drum und dran und verlost halt auch ab und zu mal was und ich bin jetzt der glückliche gewinner von dieser safety cam er macht echt interessante videos stellt auch dinge vor die man so vielleicht gar nicht kennt als normalbürger schaut gerne mal bei ihm vorbei lass bei ihm mal einen daumen da und vor allem auch ein abo wenn euch das interessiert ich muss sagen ich bin begeistert ich muss ehrlich sagen ich hoffe noch dass ich vielleicht noch mal eine action cam gewinne bevor ich nach indien fliege das wäre noch der absolute hit für mich es würde einfach in meiner sammlung passen mit den mit den ja mit den kameras und für indien wäre eine action cam einfach das idealste ich hoffe so viel glück habe ich noch mal ich hoffe du siehst das und denkst an mich nein ansonsten bin ich echt begeistert von dieser von dieser action cam von dieser safety cam ich selber muss ehrlich sagen dass mir jetzt die letzten tage noch nicht ganz so gut geht habe ich noch nicht großartig ausgepackt ich werde es in der nächsten zeit mal machen mal probieren wie es funktioniert ob es funktioniert also dass es funktioniert habt ihr ja gesehen in dem video wenn ihr dort reinschaut ansonsten danke 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 dass du mir es ermöglicht hast diese super cam zu bekommen ich wäre sonst nie auf die idee kommen mir so ein ding zu kaufen mal sehen wo ich es einsetzen werde das steht fest ja ansonsten war es das schon mal schaut gerne bei techs vorbei gebt dort gerne einen daumen gebt dort gerne ein abo er würde sich mit sicherheit freuen und für euch lohnt es natürlich auch ansonsten wenn euch das video gefallen hat lasst bei mir gerne einen daumen da ansonsten gerne auch ein abo ich habe fast die 200 abonnenten marke geknackt zehn stück fehlen noch vielleicht schaffen wir es dieses jahr nur noch würde mich extrem freuen ansonsten sehen wir uns in einem nächsten video tschüss